Liebe Topfkummer, liebe Zuschauer von FRN, liebe Freunde der Kochkunst, mein Name ist Frank Kliemann und ich habe heute für Sie etwas ganz Besonderes mitgebracht. Wie Sie vielleicht schon mal gesehen haben, bevorzuge ich eher die einfacheren, aber umso schmackhafteren Gerichte. Heute eine ganz tolle Überraschung. Wir werden heute ein Ende zubereiten, wie Sie es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Und es passt hervorragend in die Weihnachtszeit. Ich brauche mir natürlich ein ganz besonderes scharfes Messer. Ich hoffe, Sie haben eins im Haushalt. Ansonsten schnell eins kaufen. So, die Ente. Wir fangen so an, wie Sie es vielleicht schon kennen. Wir schneiden die Flügel am Gelenk durch. Nummer eins. Hier kommt dann später der Entenbraten rein. Und die Flügel nehmen wir dann gleich mit zum Soßeziehen. Und dann hinten das sogenannte Börzel schneiden wir ab. Verwenden wir nicht. Da sind Rüsen drin, die die Ente, jedes Vogeltier braucht, um die Federn zu fetten. Damit der Regen nicht durchläuft. Das Entenfett können wir ebenfalls schon ein bisschen rausmachen. Und nehmen das ebenfalls für die Soße. So, jetzt wird es spannend. Ich habe mir so einen kleinen Behälter zurechtgestellt, einen GN-Behälter. Sie können dann gerne auch einen Topf nehmen zu Hause, wo wir die Ente erstmal hineinstellen. Und jetzt fangen wir an, ganz filigran mit unserem sehr scharfen Messer, wie Sie sehen, das funktioniert. Am Knochengerüst, an der Karkasse heißt es in der Fachsprache, der Ente hinunter zu schneiden. Und dabei immer ganz eng am Knochen bleiben, denn was nicht passieren sollte, dass wir ein Loch in der Ente haben. So, jetzt sind wir schon ein ziemliches Stück eingedrungen in die Ente. Jetzt fangen wir mal die andere Seite an, die Brustseite. Vielleicht haben Sie auch einen Mediziner in der Familie und können sich ein Skalbell ausbrochen, der ja auch schön scharf ist. Jetzt kommen wir schon Richtung der Entenbrust. Dann wird es auch schon ein kleines bisschen leichter. Wir nehmen dann auch bald die Ente heraus. Wie Sie sehen, immer schön am Knochen bleiben. Und das ist das Gute bei der Ente, dass sie genug Fett hat zwischen Haut und Knochen. Demzufolge hat man mehr Platz fürs Messer. Hier muss man auch schön aufpassen, dass wir auch das Fleisch mit runter trennen. Nicht bloß runterschneiden am Knochen. Fleisch brauchen wir auch. So, jetzt ab das Schneidebett. Und jetzt können wir mit der Waagerecht weiterarbeiten. Und immer schön flach am Knobel langschneiden. Und dann auch schon hier wieder ein Stück weiter. Dann kommen wir allmählich schon zum Gelenk. Dann ist es mal wieder senkrecht. Und jetzt kann man erkennen, hier ist das Gelenk. Hier schneiden wir einfach durch. Das ist ganz einfach. Da haben wir das Gelenk und da war es durch. Also Sie sehen, es ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Also man kann natürlich verschiedene Tierchen auf diese Art zubereiten. Geflügel, klar, Gans oder Pute geht genauso. Pute ist am schwierigsten, weil die hat sehr wenig Fett. Und es gelingt, nur mit großer Anstrengung ohne Loch dort an der Wirbelsäule runterzuschneiden. Gans geht besser. Und die Füllung gibt es auch viele, viele Wünschkeiten. Die Hackmasse, die Fass, die können Sie ohnehin so machen, wie es Ihnen am besten schmeckt. Ich werde Ihnen dann zeigen, was mir gefällt. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Rezept, dass man die Gans mit Stollenteig füllt. Das ist etwas unklatt und schmackhaftes, weil der Stollenteig dann gleichzeitig hinterher als Beilage, da ist dann ähnlich wie Semmelknödel, zu betrachten. Man hat aber den Geschmack ganz angenommen. Also es ist auch unbedingt mal zu probieren. Aber heute machen wir eine Fass, eine Hackmasse. Und wir kommen allmählich jetzt vom Ballenflügel an. Wir können mal wieder ein bisschen den Handschuh-Effekt herstellen. Dann gehen wir das einfach rumstülpen. Die Brust haben wir jetzt schon komplett runtergeschnitten. Jetzt kommen wir zum Flügelknochen. Da kommen wir also gleich wieder auf dem Gelenk, welches wir wieder durchschneiden, wie vorhin bei der Keule. Und die wieder schön aufpassen, dass wir die Haut nicht verletzen. Aber wie ich schon vorhin gesagt, sollte es doch passieren. Da geht die Welt nicht unter, zur Not kann man es zunehmen. Weil ja dort, wo die Gans oder die Ende in dem Fall ausgenommen wird, ist ja ohnehin eingeschnitten, was man später zunehmen muss. Damit die Hackmasse schön drin bleibt. So, jetzt haben wir es gelenkt und da war es durch. So, das haben wir fast geschafft. Siegen und Entzügen. So, da ist es, die Karkasse. Und ganz gut, Fleisch ist ab. Jetzt stülpen wir es wieder um. Spannend. So, jetzt schauen wir uns die Flügel an. Die Flügel haben wir ja hier vorher abgeschnitten. Das können wir gerne drin lassen. Das ist wie bei Chicken Wings. Das gibt ein kleines bisschen Halt. Die Keule, die nehmen wir aber raus. Und die ist auch gar nicht so sehr schwer. Wir schneiden hier am Gelenk erstmal kreisfirma, ringsherum. Und dann am Knochen schrauben wir mit unserem schön scharfen Messer einfach hinunter. So, jetzt sind wir beim nächsten Gelenk. Ganz schön gelenkig, diese Ende, ne? Nummer eins. So, jetzt sind wir also am nächsten Gelenk. Auch hier wieder drumrum schneiden. Und das Gelenk. Und jetzt machen wir gleich etwas anderes. Hier scharfen wir ein kleines bisschen los an mit dem Messer. Dass sich das vom Knochen oben löst. Hier ist ein Stück. So. Und jetzt probieren. Jetzt wird es rausgezogen. Weil wir wollen das Bein nicht zerstören. Sondern das braben wir dann. Damit die Füllung nicht herausputzelt. Oder herausdrückt beim Braten. Nummer eins. Dasselbe auf der anderen Seite. Übrigens ist diese gefüllte Ente ein Rezept. Erstmal an der Leerzeit. 1975 gab es damals im Interhotel Neva. Und sehr gerne mussten die Lehrlinge zur Prüfung so eine Ente auslösen. Und wehe dem, es war noch drin. Es war gleich klassisch. Zensur nach unten. So. Auch hier wieder. Das Gelenk freileben. Und einschneiden. Damit sich das Fleisch löst. Am Stück. So eine kleine Sehne. Wenn die hängen bleibt, ziehen wir das Fleisch nämlich nicht vom Knochen. Sondern es bleibt dran. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen es ja essen. Jetzt wieder übers Gelenk drüber rausziehen. Und die Hunden abschneiden. Und fertig ist unsere Ente. Jetzt gehen wir die Beine noch ein Stück zurückstülpen. Nummer eins. Und Nummer zwei. Flöten bleiben drin. Hals schlagen vorbauen. Ente gut. Alles gut. Ich habe hier schon vorbereitet. Eine Hackmasse. Das ist halb Schwein, halb Rind. Hier habe ich Gemüse. Verschiedenes Gemüse. Das ist Brokoli, Blumenkohl und Möhre. Dann habe ich hier Ei. Auf diese Menge zwei Eier. Von der Hackmasse her waren das zwischen 600 und 800 Gramm. Wir müssten am Ende so in etwa auf ein Kilo kommen. Wenn man zu viel Hackmasse reinmacht, besteht die Gefahr, dass die Ente platzt. Weil Hackmasse dehnt sich ja dann aus. Dann geriebene Semmel. Das kennen Sie auch vom Bühfsteg zu Hause. Aber das ist eine Farce. Die ist ein kleines bisschen anders. Gut. Wird vielleicht erst mal reichen. Dann kommt hinein. Hier. Das ist was Leckeres. Etwas Alkohol gehört immer in die Farce. Gut schmeckt. Pernod. Etwas Anis. Oder eben dieser Aquavit. Ist auch sehr, sehr gut geeignet. So weiter Flüssigkeit. Hack braucht Flüssigkeit. In dem Fall mit Sahne. Ob das Schlagsahne ist, Kaffeesahne, Küchensahne oder was in Kräuter einfällt. Das ist egal. Das ist Ihnen überlassen. So. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen frische Kräuter. Petersilie. Noch aus dem Gewächshals. Der Frost war noch nicht stark genug. Und die brauchen wir jetzt auch nicht so ganz, ganz fein hacken. Denn wir wollen ja auch sehen, was wir dann da drin haben. Was jetzt noch fehlt, sind Gewürze. Natürlich Salz. Fragen Sie mich bitte nicht nach der Menge. Sondern würzen Sie so, wie es Ihnen am besten schmeckt. Gemahlener Kümmel. Sollte es sein, auch wenn man nicht unbedingt Kümmel mag. Wenn er gemahlen ist, spürt man es nicht ganz so. Dann macht sich hier grober Steakfeffer ganz gut. Denn wir wollen ja im Schnittbild ein bisschen was sehen. Und ein Hauch Knoblauch. Ich habe hier Knoblauch-Kranonat verwendet. Man kann natürlich sehr gerne frischen Knoblauch verwenden. So, jetzt werden wir das kleines bisschen andrücken. Und dann empfehle ich Ihnen, machen Sie es ruhig mit der Hand. Sonst können Sie nicht garantieren, ob Sie es alles richtig durchgeknetet haben. Also, wie man so schön in Sachsen sagt, durch die Finger muss das Mädchen. Hätte jetzt der Uwe Steinle gesagt. So, ich denke mal, das sieht schon gut aus. Ah, also schöne Griffische. Ja, man merkt das. Es darf ein bisschen griffig sein. Oder wenn wir beim Sächsisch bleiben, darf es ein bisschen glitschen. Hier geht es also weiter. Jetzt wird die Ente gefüllt. Das machen wir immer so handkloppsweise. Und wie gesagt, nicht zu dick. Stopfen. Sonst platzt uns die Ente beim Braten auf. So, brauchen wir Nadel und Zwirn. Ich habe Ihnen jetzt das erspart, das Einfädeln zu zeigen. Da sind wieder zehn Minuten weg. Bei uns Männern jedenfalls. So, und jetzt geht es los. Einfach einen ganz normalen Stich. Ich kann das auch mit Rouladenneuteln machen. Da müsste man jetzt mehrere Rouladenneuteln machen, die dann immer so durchflechten. Ich habe auch ganz bewusst einen dunklen Faden genommen. Ein weißer Faden würde ja auch ein bisschen durch das Braten und die Soße sich mit einfärben. Und dann kann es passieren. Wir finden den Korn ist gleich wieder. Aber den schwarzen Faden sehen wir dann ganz bestimmt. So, jetzt kommen wir zum Außengewürz. Das ist einfach Pfeffersalz-Gemisch. Und ruhig ein bisschen mutig einreiben. Denn durchs Braten und durchs Übergießen geht es ja dann doch ein bisschen mit in den Soßen formen, was natürlich auch gewollt ist. So. Wenn jetzt hier unten noch ein Löschel ist, das ist jetzt auch nicht so tragisch, am Hals so und so. Den klappt man nämlich rum. Und der kommt dann überhaupt so in unsere Bratgefäße, unsere Bratpfanne. Die Karkasse braten wir mit. Brauchen wir für die Soße, hat man schon gesagt. Und zum Angießen nur etwas Wasser. Also kein Fett unten rein, sondern etwas Wasser. Also, weil sich das Fett ohnehin beim Braten aus der Ente absetzt und wir damit unsere Soße ziehen können. Jetzt krebsfrei in den vorgeheizten Herd. 180 Grad, anderthalb Stunden. Sollte zureichen. Dann nochmal bei 160 Grad 10 Minuten zugeben. Und dann ist unsere Ente fertig. Übrigens ist unsere Ente eine Entenbalutin, wenn man sie warm zubereitet. Wenn man sie nach dem Braten wieder kalt werden lässt, ist es eine Entengalutin. So. Das sind meine Schieferhandschuhe, die werden ja dieses Jahr nicht gebraucht. Und jetzt die zwei Stunden sind um und unser Ententier ist fertig. So sieht es aus, wenn es aus dem Ofen kommt. So. Jetzt haben wir also hier die Ente. Als Beilage klassisch rotkraut und Klöße. Die kommen natürlich zuerst auf den Teller. Das Entenfett, was wir ausgebreitet haben, haben wir hier wieder mit verwendet. Nicht alles. Ein bisschen übrig. Aber auch das werden wir verwenden. Das werde ich gleich erklären. Natürlich sächsische Kartoffelklöße. Über das Rezept können wir uns gerne mal unterhalten. Aber ich würde heute vielleicht ein bisschen den Raum sprengen. Dann auf jeden Fall die Soße. Denn unser schöner Braten wird untersausiert. Weil wir den Braten die Ente nicht mit der Soße bedecken wollen. Im zweiten Teil des Entenfettes haben wir die Semmelbrösel hergestellt. Semmelbrösel einfach das Fett warm machen. Die Semmel, geriebene Semmel hinein. Und dann schön ausbruzeln, bis diese Farbe entsteht. Dann ist das auch sehr schmackhaft, weil knusprig. So, jetzt kommt es. Wir sind soweit. Und wir schneiden jetzt einfach mal ziemlich kräftig mitten durch die Keulen. Und schauen uns das Schnittbild an. Und, was sagen wir? Können wir genehmigen, oder? So, das wäre ich noch mal ein Bier. So, bitteschön. So sind unsere Ente fertig aus. Ente gut, alles gut. So, jetzt haben wir zwei fertige Teller, die wir uns gleich schmecken lassen. Aber für Sie haben wir wieder eine Überraschung, nämlich eine Preisfrage. Was ist der Unterschied zwischen einer Galantin und einer Balotin? Schicken Sie Ihre Lösung wie immer an TopfGuruTV. Freuen Sie sich auf ganz, ganz tolle Preise. Lassen Sie sich mal überraschen. Anfang Januar ist die Ziehung. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wieder so viele Zuschriften beim letzten Mal kommen würden. Liebe Zuschauer, dieses Jahr ein besonderes Weihnachten, anders als Sie es gewohnt sind. Wir wünschen Ihnen trotzdem alles, alles Gute. Ich möchte mich ganz herzlich in Namen meiner Mitarbeiter, meiner Familie bedanken für Ihre Treue, für Ihr Zuschauen. Bleiben Sie uns gewogen. Wir bleiben Ihnen auch gewogen. Schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund. Sehr zufrieden. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de